Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm und zwar heute stellen wir euch die dunkelrote 218 116-2 vor und zwar ist es von Rocco die Artikelnummer 79988. Das ist eine Exklusivserie von Udi Reier, da gab es die zu kaufen. Das ist eine besondere Maschine und zwar beinhaltet die auch ein Decol für die 150 Jahre Deutsche Bundesbahn oder Deutsche Bahn. Kann man draufkleben, wenn man möchte. Die Lok hat im Ursprungszustand versetzte Hutzen, also ist mit zwei Turboladern versehen. Man kann diese Maschine umbauen mit diesem kleinen Einsatz auf Doppel, also auf Parallelhutzen. Das wäre dann mit einem Turbolader und zu dem Thema passend, also auch die Broschüre für die 150 Jahre Deutsche Eisenbahn im Jahre 1985. Fast wunderbar und hier ist auch dieses Symbol, was auch auf dieser Lok drauf gemacht werden kann. 150 Jahre Deutsche Eisenbahn. In dieser Broschüre, die wir 1985 erstanden haben, ist natürlich alles rund um das Thema der damaligen Deutschen Bahn drin. Auch die Partner, mit denen er sich zusammenarbeitet und der Wehrdeckang, die Geschichte und alles sehr zu empfehlen. Ist natürlich jetzt nicht mehr erhältlich, aber auf Flohmärkten und auf Eisenbahnbörsen könnte man diese Broschüre noch bekommen. Aber wir wollen ja jetzt die Lok vorstellen mit allen Funktionen oder mit den meisten Funktionen und mit einem D-Zug. Dann wünsche ich viel Spaß damit. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. парallelhutzen like und Abo nicht vergessen. the Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da und abonniert, das wäre fein. Ciao.